Herzlich willkommen im Freitag. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Geschichte erzählen, die viel mit Selbstverantwortung zu tun hat und wie Sie damit umgehen, wenn andere keine Verantwortung übernehmen. Eine Tante von einer Freundin hat eine, wie ich finde, geniale Strategie. Wenn jemand zu ihr kommt und sagt, dass es ihm schlecht geht und dass alles so hoffnungslos sei und dass ihm so viele schlimme Dinge passiert sind, dann hört die Tante aufmerksam zu. Sehr aufmerksam. Sie ist sehr wertschätzend und nimmt sich viel Zeit und hört sich alles an. Am Ende des Gesprächs fragt sie ihn dann, was er ändern könnte, damit sein Leben oder die Situation sich verbessert. Gemeinsam denken sie darüber nach und legen ein bis drei Punkte fest, mit denen er anfangen kann. Wenn dieser Mann nun nach ein paar Tagen und Wochen wiederkommt und anfängt zu jammern, dann unterbricht die Tante sofort und fragt, ob er zumindest einen dieser Punkte umgesetzt hat. Wenn er das verneint, dann wechselt sie das Thema. Sie hört sich eine Geschichte immer nur einmal an. Dadurch nimmt sie dauer, jammer, lappen die Plattform. Wenn der Mann allerdings sagt, dass er es probiert hat, aber es nicht klappen würde, dann überlegt sie mit ihm, was vielleicht besser funktionieren könnte. Wie ich schon oft gesagt habe, wollen wir alle geliebt werden. Wir wollen alle Respekt bekommen und Wertschätzung, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Viele bekommen die Aufmerksamkeit schon, wenn sie jammern. Dann wird gesagt, oh, wie schlimm, oh, die bösen Umstände. Und wenn die Person dann ankündigt, dass sie etwas ändern will, dann wird sie gelobt. Allein dafür, dass sie es tun will. Wenn sie es dann nicht geschafft hat, sind natürlich wieder andere Schuld oder die Umstände. Und schon wieder bekommt die Person Aufmerksamkeit. Und schon wieder wird sie getröstet. Wenn sie so ein Spiel mitspielen, dann sind sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Schenken sie jemandem nicht allzu viel Aufmerksamkeit nur für eine Ankündigung und auch nicht für das Scheitern. Schenken sie jemandem Aufmerksamkeit, der es ehrlich versucht, der selbst die Verantwortung übernimmt und in die Gänge kommt. Die Taten sollen Aufmerksamkeit bekommen, nicht die Ankündigungen und die gescheiterten Versuche, für die natürlich nur die anderen verantwortlich sind. Ihre Aufgabe für heute. Schauen Sie sich um und loben Sie heute drei Menschen für Dinge, die Sie gut gemacht haben. Loben Sie Taten. Und bitte sagen Sie sich wieder drei Dinge, für die Sie heute dankbar sind, falls Sie dies nicht schon gemacht haben. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus.